z gegrüßt und willkommen zur dritten episode meiner hardes let's play serie viel spaß beim zuschauen gut haben wir wieder was neues was haben wir ja ok eine sturmattacke dein angriff fügt mehr schaden zu und knockback flutschuss dein wurf verletzt gegner in reich und stößt sie weg gezeiten sprung dann spurt verletzt gegner neben dem sturmattacke heilige member um 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 Die Erklärung ist super. Ja, man ist halt immer so auf. Wenn ich irgendwelche Sachen öffnen möchte. Ich verwiesse ja doch wieder mit den Zielen hier, was ich nicht so gut kann. Ich habe es ihm so ausgesucht. Aber so kriegt man die Gegner gut weg. Hier muss doch noch mehr sein. Ups. Daneben. Mit Knockback ist das richtig geil. Okay. More Darkness. Mal gucken, wie weit ich damit komme. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich gehe mal hierhin mal. Und schaue mir das an. Ready for me. Oh. Hmm. Hmm. Maybe. Tödlicher Tusch. Deine Spezialität ist kraftvoll. Und hat ein 20% geschossen. Nee, dein Wurfer sucht Gegner und hat eine... Nee. Sucht Gegner. Moment mal. Jeder von den Zufluchst hat potenziell kritisch zu sein. Boah, schwierig. Ich glaube, ich nehme das hier. Ja. Ach, ganz vergessen, dass ich ja trotzdem noch den Schuss habe. Stimmt. Artemis. Gar nicht dran gedacht. Und, äh, hier lang. Ja, ich habe gesehen, da war noch eine Vase. Okay, kann man mal so machen. Ich habe nicht mal eine Ahnung, was für Nektar das sein soll. Ach, diese Salve. Mehr Leben. Im Moment ja nicht wirklich nützlich für mich. Wenn ich alles so weg snipen kann. Okay. Das heißt, hier könnte ich mich heilen, oder was? Wenn ich denn... Sturmattacke, dein Angriff, fügt mir Schaden zum Stößgegner weg. Ja, das ist sehr geil. Genau, nun. Jetzt könnte ich mich hier heilen, wenn ich wollte. Na toll. Erstmal alles zerstören. Achso, gesperrt. Sind wir hier? Ja, ich habe es ja gelesen. Achso, kann ich da rein? Aber man kann so Abkürzungen nehmen. Das finde ich gut. Ja, auch nicht alle. Die Frage für mich ist jetzt... Was tue ich hier noch, außer mich zu heilen? Und wie komme ich hier weiter? Gesperrt, gesperrt. Fragen über Fragen. Ich heile mich jetzt hier einfach. Ah, okay. Man muss sich heilen. Also, da oben wahrscheinlich. Dann die Tür auf. Fortfahren. Da ist ein Totenkopf dran. Ich möchte den Bogen gerne behalten und weiterkommen. Oh, ich sehe nichts. Ah, Charon. Schon wieder. Oh, ich habe nichts. Woher etwas zu sagen? Ach. Hör auf. Echt jetzt? Ich habe kein Geld dafür. Mann, ich würde dir alles abkaufen, mein Freund. Aber ist nicht. Hi, hi, hi. Das ist kein Problem, würde ich sagen. Das allerdings schon. Alter. So, weiß der aber. Wie? Und, wo ist mein Ding? Liegt der auch noch? Poin von der Tod. Puh. Du solltest mich etwas holen. Bestimmt. Ähm. Lag hier noch was? Totenkopf? Nee, gehe ich nicht hin. Das war mir jetzt auch schon wieder zu viel. Doch, was? Ich würde schon gern was K.O. Verdammt. Knockback for the win. Und diese Dinger sind superläufig. Oh, diese Dinger sind superläufig. Ach, die Münzen nehme ich alle an. So ist es nicht. Auge der Lamm. Ja, die Chance. Das getötete Opfer. Objekte. Nee. Schatz der Gaia, du hältst. Was erhalte ich denn? Irgendwelche Edelsteine. Stybische Scherbe. Fallen für Gegner. Mehr Schatten. Das hier klingt ja sinnvoll. Aber was auch immer das ist. Für Renovierungsarbeiten ist Raum gestattet. Oh. Nimm ich doch. Die Chance, dass getötet... Nee. Brauche ich nicht, oder? Ich weiß es nicht. So, auf alle würde ich sagen, so... Nö, brauche ich nicht. Gehen wir mal weiter. Irgendwie ploppen die nicht so. Geht doch. Ich habe die Gegner nicht one-hitted. Dann braucht man... ...mehr Hits. Autsch. Mann, wieder nicht aufgepasst. Ich hätte ausweichen können. Aber nee, habe ich natürlich nicht getan. Hm, hm, hm. Oh, der Hammer. Der war doch letztens auch gut. So, vom Schaden her. Verdammt. So. Oh, god damn. Ich würde alle in einer Reihe aufstellen. Eieieiei. Deine Spezialität feuert plus vier Schüsse. Dein Angriff feuert zwei Schüsse nebeneinander, aber mit Kürzreich. Dein Angriff fliegt plus 300 Schüsse in einen Bereich zu late, aber langsamer. Oh. Mann. Mal plus 300. Mal gucken, wie lahm der jetzt ist. Och. Och, langsamer würde ich das jetzt nicht nennen. Ja, nice. Macht das richtig viel Bums jetzt. Hallo, schießt da hin. Danke. Ähm. Und weiter, ne? Schlüssel holen. Ja. Oh nee, das ist ja voll teuer mit dem Waffen. Oh naja. Oh, verdammt. 45 Sekunden. 45 Sekunden. Was? Oh nee. Oh nee. Was ist das? geht doch das ding ist ja der key to a weapon ich brauche davon halt viel viel mehr oh da gibt es einen zweiten oder noch einen eher gesagt schieß doch bitte dahin ja dann gehen wir natürlich hier oben rein und hoffen dass irgendwann wieder heilung für mich zu finden ist hier vorsichtig vorgehen unter sich was war das das alter du brauchst halt mehr davon bitte heilung bitte heilung hydra light du erhältst beim betreten da kann man zehn prozent okay das ist gut du fix plus 50 prozent schanz über den einen gegner hinter prometheus stein jetzt plus 1 für deinen wurf nehmen wir doch dieses hydra light hier hat das ja ist eigentlich auch ganz cool nur das auch für ein paar runden und das zehn prozent heilung wir halt ganz cool das war also fünf oder so kriegen dazu besser als nix na oh gott was ist das das denn was so leben wieder herstellen ja cool und das hier das brauche ich auf jeden fall und hier mehr leben genau hat er wieder was neues zu sagen dann erzähl mal hat er nicht okay gut mich was sagen wenn ich die besucher mal wieder für heute wenn es euch gefallen hat natürlich gerne bewerten und einen kommentar dazu lassen und um zu sehen wie ich hier mit dem bogen weitere erfolge feiern werde solltet ihr meinen kanal abonniert haben bis zum nächsten mal